Ja, hi Pyros! Heute gibt es die 4 besten Raketen aus Deutschland und zwar die Top 4. Meine Top 4 habe ich euch extra rausgesucht und das ist ein richtiger Premium-Artikel. Alles weitere nach dem Intro. Starten wir gleich mit der Nummer 4 und zwar sind das die Funke Goldfunken-Raketen. Ein Stückpreis, ca. 3 Euro. Diese Raketen steigen mit einem wunderschönen Goldschweif auf und zerlegen lautstark in ein schönes Bouquet. Nun kommt meine Nummer 3. Das sind die Funke Kometenschauer-Raketen. Und zwar hier 6 Raketen in einem Pack, 3 Euro pro Rakete und ja, diese Raketen steigen mit unterschiedlichen Schweifen auf und zerlegen wieder mit lautem Knall. Rudder Budreise 2 9 10 10 12 10 10 Den Platz 2 belegen die GAO R15 Raketen. Das sind Raketen mit einem farbigen Bouquet und einem besonders kräftigen Knall. Der Preis pro Packung 6 Stück beträgt ca. 8 Euro. Platz 1 belegen die Funke Sirenen Raketen. Das sind Raketen mit einem extremen Heul- oder Kreischaufstieg. Wirklich abartig laut. Und ja, das 10er Pack kostet hier ca. 20 Euro. Stückpreis wären wir dann bei 2 Euro pro Rakete. Kann ich euch wirklich nur ans Herz legen und ihr seht gleich, warum die so extrem geil sind. Das sind Raketen. Untertitelung des ZDF, 2020